Hallo Sammelfreunde, herzlich willkommen zu Rakel Nr. 43, der Frauenfußball-Weltmeisterschaft in Frankreich und damit dem vorletzten Achtelfinalspiel zwischen Italien und China. China, ja aus der deutschen Gruppe noch bekannt, als Dritter in dieses Achtelfinale gerutscht gegen die überraschend starken Italienerinnen, die ihre Gruppe gewonnen haben. So, wir gucken mal, was das Orakel für den Ausgang dieses Spiels prophezeit. Beginnen mit Hannah Glas aus Schweden, Simon Australien, Lena Petermann, Deutschland, Sugazawa Japan und Tanaka, ebenfalls Japan. Es bleibt nach dem ersten Stickertütchen also beim 0 zu 0. Und wir machen mit dem zweiten weiter, finden dort Hermoso aus Spanien, Yamashita Japan, Spize aus den Niederlanden, Scott Neuseeland und Banini Argentinien. Weiterhin 0 zu 0 und jetzt müssen wir mal schauen, ob Stickerpäckchen Nummer 3 uns eine Entscheidung bringt. Wir beginnen zunächst mit Barker aus Südafrika. Dann haben wir auch noch das Teamfoto der südafrikanischen Mannschaft. Ebenso wie das der Mannschaft aus Argentinien. Dali aus Frankreich und den Sticker des Spielorts Montpellier. Somit steht es 0 zu 0 und wir gehen mit einem weiteren Stickertütchen in die Verlängerung. finden dort Sarah Dorsun aus dem deutschen Team, Megan Rapinoe aus den USA, Jackie Grönen Niederlande, Shinvong Thailand und Knight für Australien. Und somit steht es nach der Verlängerung ebenfalls noch 0 zu 0, muss also das Elfmeterschießen her. Und das machen wir in der Form eines Würfels. Bei einer ungeraden Zahl ist Italien weiter und bei einer geraden Zahl ist China in der nächsten Runde. So, Elfmeterschießen immer eine Glückssache, genauso wie dieses Würfelergebnis. Und mit dieser 3 gewinnt Italien das Elfmeterschießen und zieht ins Viertelfinale ein. Wenn ihr der Meinung seid, das Spiel wird schon früher entschieden, dann schreibt euren Tipp doch unten in die Kommentare. Bin sehr gespannt, was da zusammenkommt und dann sehen wir uns nachher nochmal zum letzten Achtelfinalspiel dieser Frauenfußball-Weltmeisterschaft. Zwischen den Niederlanden und Japan wieder. Bis dann, macht's gut, tschüss.